hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem kanal ihr hört und ihr seht das winter event von arkis aktiv jungen richtig krass spaß versette ich wollte mich bei euch mal bedanken für das letzte halbe jahr 2022 der kanal der ist durch euch allen gewachsen durch euch zuschauer ihr seid zu abonnenten geworden ihr seid mir treu geblieben ich hoffe ihr werdet auch im jahr 2023 mir treu bleiben ich wünsche euch und eurer familie ein schönes weihnachtsfest einen guten rutsch ins neue jahr falls ich das vergesse und ich denke mal mit 1800 stunden wiedergabezeit um euch zu unterhalten habe ich alles richtig gemacht ich hoffe es werden noch mehr wenn ihr lust habt schaut einfach rein bleibt dabei ist ja das motto hier auf dem kanal und dann sehen wir uns einfach im nächsten video wieder bis dahin macht euch eine schöne zeit und bis bald bis bald